Oh Äh Der ist ja mega nett Piu Schön Oh oh Du musst ja aufpassen Piu Ach Die machen einfach immer einen mehr Das ist Voll der Schwierigkeitsgrad hier Rums Und jetzt ist es Jetzt sind es natürlich Irgendwann sind das 70.000 Ja genau, das ganze Spiel besteht daraus Dass man Oh Huchy Irgendwie sie alle aufeinander liegen Ich sehe schon, irgendwann wird so ein Spiel gehen wie das Und das ist einfach so ein Japaner Spiel Hey, du hast es geschafft Das hätte ich nicht gedacht Kaaaaa Wenn ich sage, der Armourback wird ein bisschen weg vor uns Gut Ach nee Gut Ich habe nämlich Gut Ich habe nämlich eine Nachricht für ihn Direkt von meinem Von meinem Haar An seinen Hintern Okay Und versuch das noch etwas besser zu formulieren Genau Die mit den lila Haaren nach ihr fehlen normale Stimmung Die sind mit sogar lila Kapuze Die sind ein bisschen Tussi mäßiger Okay Na gut Oh ja Ja Wie wärs denn mit einer Emmy? Uh Nein Oh doch Hauptsache du schlägst einfach die Flüchtlinge Das Na toll Das steht morgen in der Zeitung Exito schlägt Flüchtlinge Oh weia Oh weia Oh oh Tchuuu Man hat die einen harten Haarschopf Mit dem sie anderer Leute Hintern versohlen kann, wie sie ja selbst gesagt hat Oh Moment Kann ich mit dem irgendwas Kann ich den Ah Ja Ich möchte speichern Ist das dein Opa? Äh Weiß nicht Das erinnert mich ganz leicht an Sonic Aber egal Äh Da wird richtig Da wird richtig was draus Mir kommen die Tränen Hör sofort damit auf Amo Baron Soll ich baron oder baron Amo 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 Baron Sache Das klingt viel cooler Amo I'm a Baron Ich bin ein Baron Amo Baron Äh Hör sofort damit auf Amo Baron Amo Baron Niemand macht aus den Seniorenwaffen Solange ich Hier bin Solange ich das nicht selbst vorhabe Ja in jedem Spiel gibt es einen Gamschuh Diesmal ist es Gumbaron Ka-Gam Schuh Ka-Bumm Junge Das hat doch Das hätte doch nicht sein müssen Ist hier um auf Einer Was? Auf Einer Siegesfeier zu tanzen Oh Gott Sechs Jahre Dreimal Jawohl Aber ja Das wird sie Frechheit Wonach sehe ich denn aus? Ähm Sollen wir fahren Nach einer Struppe rennen Einer 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 Ich muss doch irgendwo auch Wo kann ich denn mal angreifen Hier Womit kann ich angreifen Mit deinen Nahrung Einer Sollen wir Sollen wir Einfach mal versuchen Diesen Kopf da zu treffen Oder Ah Jetzt weiß ich's Ich weiß es Ich hab's Ich hab's Ich hab's raus Wow Wow Ah Ja Pschuuu Oh mein Gott So geht das Hm Natürlich Und das nur weil ich den Zuschauern helfe Das ist das neue Zelda Timeline Teil ist Das Link wird ein wenig Das ist das neue Zelda Was gleichzeitig für Wii U und NX rauskommt Natürlich Das ist Das ist Legend of Zelda Und äh Gibt's dafür überhaupt schon einen Titel? Legend of Zelda Shantae Link 2.0 The Legend of Shantae Zack, 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 zack Und jetzt stirbt er endlich Und dann Der untere Untertitel Also ja, der Untertitel halt Pschuuu Lila scharfe Haare Wir haben's auf jeden Fall geschafft So, ist der Typ jetzt tot? Nein Damit bist du erledigt Du sollst ihn töten Nein 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 Schau was du mit meinem Panzer gemacht hast Das war ein Geschenk von meiner Mama Was? Link kann doch nicht immer als Junge wiedergeboren werden Ist ja auch so Ist ja auch im nächsten Zelda nicht Zelda ist doch immer ein Junge Nein Das sagen nur Leute, die keine Ahnung haben Oder die trollen wollen Ja Was ist das für ein Aufbruch Soll ich den nicht sprechen? Ja genau Ja genau Oh man, bitte Der mag sowas von Es ist der Amo-Bär Er will... Er will Scuttletown zerstören Ich will meine Schokolade zurück HAAAALT Wer hat das gesagt? Das sind die Bobbys Wer Was? WAAAALT Es... Es sind die Königlichen Wachen Die werden das in Ordnung bringen Schutzgenie Du hast deinen Angriff sofort auf Befehl Der Sikinla... Äh... Sikwinland Sultana einzustellen Wa... Ich? Pah Siehst du Das Gesetz ist auf meine Seite Püppchen Das Gesetz ist auf meine Seite Püppchen Warum steht da auf meine Seite? Ist das richtig so? Oder ist das ein Fehler? Ich bin mir da grad gar nicht sicher Aber äh... Aber... 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 Aber äh... Aber äh... Das ist doch der... Und für den Angriff auf den rechtmäßigen Besitzer der Stadt wird dir dein Status als Beschützer der Stadt entzogen Oh Gott Du hast die gerichtliche Vorladung erhalten Wie bitte? Gerichtliche Vorladung zur Gerichtsakte hinzugefügt Äh... Du stehst hiermit bis zu deiner Anhörung im Sequinland Palast unter Hausarrest Dabei wird dir auch jede Art von Bewaffnung abgenommen Noch einen schönen Tag Ja, was jetzt? Wenn die... Ja... Ich bekomme von der Glatze Sieh... Oh, das wär's Ja, Yuma hat grad geschrieben, ihr müsst gelben Texte besonderes Sprechen Meine Arme stimmen, sie wird noch mehr vergraut Da steht's wirklich Sieht so aus, als bekäme jemand einen neuen Haarschnitt verpasst Sieht so aus, als würde jemand einen Kopf kleiner werden Äh... Sie können mir nicht mein Haar wegnehmen, oder Onkel? Es ist alles, was ich noch habe Nein, der hat doch noch was anderes Du hast doch mal, was sie sagen Aber was denn? Gib euch, ich gehe persönlich in den Palast, um die Sache zu klären Nein, der spricht doch nicht Der hat doch nicht so viel Bart, dass das so... Ja, man sieht seinen Mund so... Ja... Ähm... Versprich mir nur, dass du dich von Ärger fer... äh... Von Ärger fern hältst! Ich verspreche als Onkel Also... Nicht wieder im Stripclub tanzen Okay... Meine arme, arme Statue... Mit Schokolade Wir haben es vermasselt, oder? Was für ein Durcheinander Dein Onkel hat recht Wir sollten den Obrigkeiten vertrauen und auf das Beste hoffen Moment! Moment mal! Ja... Wie bin ich nur in die Sache hineingeraten? Äh... Ich würde auch gerne mal wo hineingeraten... ähm... 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 Wie geschonen hat, ist alles nur schlimmer geworden Ich brauche jetzt ein heißes Bart, um meinen Kopf wieder frei zu bekommen Oh ja! Das ist natürlich ein guter Grund dafür! Finde ich super! Ab 6... Ah... Ah... Moment! Mal! Wo ist mein BH? Entschuldigung... Ich brauche gar keine Badewanne! Was? Was? Sag bloß... Oh! Oh... Die... Die hat schon so... Hahahaha... gemacht! Weil du das ja nicht hören konntest Die muss so richtig draufgängerisch klingen Na sieh mal eine an! Wenn das kein Anblick ist! Ähm... Riskyboots! Höchstpersönlich! Du genießt meine Badewannenfalle, wie ich sehe Sobald ich hier rauskomme, bist du in großen Schildkeimen. Bitte? Ich krieg schon Gänsehaut. Ah, Emmi. Ich mach es kurz. Sag mir, wo meine Männer sind. Und ich lass dich am Leben. Hä? Wo sprichst du? Nicht sprech! Oder ich klasse dir eine. Meine Männer und meine Waffen sind erschulden. Schlagt euch! Wer außer dir würde sich stehlen? Ich. Wer außer dir, nicht wer mit dir eingeschlossen. Du bist der einzige Dieb hier. Wirklich! Dann kannst du mir vielleicht erklären, warum dein Onkel meine Besatzung in seinem Labor gefangen hält. Mach dich nicht lächerlich. Gut, ich werde beweisen, dass du nichts... Das tut nichts gut aus dem Schildefürst. Nimm das! Bam! Immer diese Badewanne. Da ist mein wunderschöner Mann! Verschwundener. Aber gut. Ist auch okay. Wenn er wunderschön ist, ist auch okay. Mein wunderschöner verschwundener Mann. Genau dort in der Werkstatt vom lieben Onkel. Da ist es noch ein Wunderschöner losge Linkedin. Vielen Dank.